Hallo YouTube, hallo, grüßt euch, willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind glaube ich noch mit Abby unterwegs und haben so ein Seraphiten-Mädchen dabei. Und mit der sind wir gerade irgendwie im Hochhaus und da irgendwie oben drüber, weil wir wollen OP-Sachen holen. Für die Operation von seiner Schwester glaube ich ist das, oder ihrer Schwester. Und auf dem Weg sind wir. So, dann würde ich sagen, wir gucken da mal rein, gucken wie es weitergeht. So, ja so hundertprozentig weiß ich nicht mehr genau, wo ich stehen geblieben bin. Ich weiß nur noch, glaube ich, in den Hochhäusern hängen wir da irgendwie rum. Und das waren so die Geheimwege von den Seraphiten oder Scars. So, Kaffee muss auch sein. Und genau, das machen wir jetzt. So, nebenbei erwähnt, für euch da draußen, falls ihr mal das Video sieht, erstmal nochmal für die anderen Videos vielen Dank für eure Likes und Kommentare. Also hier von John, sowieso. Also, ja, wir sind dabei. Also ich habe vorgenommen, ich möchte mit euch Ding spielen. Da kommen jetzt noch so ein paar Parts. Dieses Ghost of Tsushima, Playstation 5 Version. Direct Discard bin ich gerade dabei. Also wenn ihr Bock habt, da auch mal gerne reinschauen. Und, ähm, was sollen wir noch machen? Ja, dieses, äh, God of War. Das werden wir erstmal pausieren. Das Mutter hat da, das muss noch so ein bisschen an mich rankommen. Ja. Aber, äh, es wird auch gemacht. Keine Sorge. Auf jeden Fall, jetzt will ich erstmal, äh, hier dieses, äh, Ghost of Tsushima mit euch machen. Und, dann halt weitersehen, ne, was so, was so die Zukunft noch so alles bringt. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal hier bei The Last of Us Part 2. Und unterwegs mit Abby. Warten wir mal, Kontrolle, Kontrolle, ich glaube, das ist alles in Ordnung. So. Ja, genau. Ja, das wollte, äh, ich sagen. Ist ziemlich cool. Ja, was heißt cool? Fantastisch. Super. Beschütze sie. Ich frage mich, ob eure Prophetin geahnt hat, was sie lostritt. Sie hat Dutzende gerettet. Auf unerklärliche Weise. Sie hat Trucks gesprengt und Soldaten getötet. Hm, Azelus? Kennst du ihre Schriften? Hab drin geblättert. Sie können mir helfen. Klar. Okay, gut, äh, dann, wo müssen wir dann weiter hier? Was haben wir dann so in petto? Also ich, ja, hm, wir sind, ja doch, doch, wir nehmen lieber mal die Pumpe. Wir sind doch hier in einem geschlossenen Raum und, äh, da bin ich doch gern lieber ein bisschen mit Nahkampfwaffen ausgerüstet. Und, da ja mein Aiming erinnert so besonders ist, glaube ich, passt das ganz gut. Oh, hier haben wir viel Material. Das ist doch spitze gepäertes Zeugs. Das brauchen wir alles. Das nimmst du nicht? Oh, ist das da unten? Hallo? Material? Oh, guck mal, hier ist sehr viel Material. Also so. Okay, ganz kleiner Moment. Gerade nochmal eine Einstellung gerade vornehmen. Okay, das ist nicht so toll. Und, gehen wir da hin. So, ich denke, das passt, ne? Das müsste, müsste passen, so. Okay, so, mal gucken, was können wir denn machen? Wie viel, äh, Baumaterial haben wir dann eigentlich? Oh, da geht ein bisschen was. So, hier haben wir die Stabilität. An dem Bogen haben wir, glaube ich, noch gar nichts gemacht, ne? Zielfernrohr wäre gar nicht so verhältlich. Nachladegeschwindigkeit, die Stabilität, glaube ich, wäre okay. Ich glaube, wir nehmen die Stabilität, ne? Danke. Wir wollen ja auch irgendwie treffen, ne? Zielfernrohr, Stabilität 55. So. Ich weiß zwar nicht, was sie da macht. Aber das wird schon stimmen. Ein Gegengewicht oder sowas, ne? Okay, was können wir noch machen? Das Ding hier vorne gefällt mir überhaupt nicht, ne? Also die Knarre, das ist so, naja, gut. Pistole, Rückstoß, Feuerrad. Und, äh, den Schaden könnten wir da ein bisschen noch erhöhen an der Pumpe. Wir machen hier, äh, wir machen hier mal die Kapazität noch ein bisschen höher, oder? So, das reicht. Ich glaube, das reicht, das ist ja. So. So, lassen wir mal so, wie es ist. Kontrollieren wir nochmal hier gerade alles. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Heilung, man könnte irgendwas essen. Gut, sehen wir dann. So, äh, Junge, ich würde sagen, wir gehen hoch. Oder weiter. Weiter. Ich gehe diesmal zuerst. Aber die Seraphiten, oder Skars auch genannt. Der, das ist ein Mädchen, soweit ich das jetzt mit Sicherheit weiß. Das ist ein Mädchen. Ähm, die haben gesagt, die bewegen sich über die Karte. Die Däsche, um diesen Wulffs aus dem Weg zu gehen. Und genau das machen wir jetzt auch gerade. Da haben wir zwei Stück. Ich will die jetzt nicht unbedingt. Wird das auch noch eine? Oh, jetzt siehst du die schlecht. Okay, so. Wer, 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 wer? Oh, ist es die? Warte mal, dann machen wir erst mal die da weg. Okay, aber ich glaube... Hier kommen einige, also... So einfach wird das hier, glaube ich, nicht... Ich glaube, das ist die ganz große... Ja, das ist die ganz große. Die kriegen wir, glaube ich, mit einem Schuss nicht klar ausgeschaltet. Konnte man die Gegner markieren? Nee, ne, man konnte, glaube ich, nur lauschen, wo sie sind. Mehr ging da, glaube ich, nicht. Ah, nicht gut. Es ist die Atemrünnige. Ach, der Atemrünnige. Mit einer erledigt. Ja, geil. Das ist jetzt... Nicht das, was ich wollte eigentlich, ne? Warte mal. Äh, 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 äh. Äh, 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 warte, 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 warte. Jetzt warte doch mal. Uah! Ja! Nein! Aua, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin wieder raus. Ich bin wieder voll raus. Ausweichen war das hier. Schlagen war der da. Ja. Hey, geradeaus! Ja, ich weiß es. Oh mein Gott. Ja, auf. Ah, der lenkt doch ab. Da kommt doch was von oben. Ist der doch noch. Ja, klar. Oh, wie viele das sind. Das war... uncool, was ich jetzt hier gemacht habe. Das war sehr uncool. Au. Aua, was? Oh, fucking. Jetzt haben wir noch eine Padrone. Wow. Opsi. Würdest du das bitte sein? Lassen wir vorne durch. Okay, dann nimm mal die hier. Genau, schieß. Au. Oh, da ist ja noch einer. Au, nicht gut, nicht gut. Ich bin mir überlegen, ob ich mich sterben lassen soll. Und soll ich es vielleicht nochmal machen. Ja, komm, auf. Das probieren wir einfach nochmal. Hier, komm, leg mich um. Nochmal bitte. Okay. Oh, das war schon... Naja, gut, das lag aber auch mit an mir. Das hätte besser gehen können. War mir halt nicht sicher, dass die mit nur einem Bogen nicht... äh, mit nur einem Pfeil nicht down geht. Aber... Sie ist halt nicht down gegangen. Was willst du malen? Sag mal, ich glaube, die da oben haben wir ja erwischt. Das bedeutet, ich nehme mal vorsichtshalber... Doch, diese Knarre hier. Na, mit Krolli dran. Nachladen. Okay, das war... ...glaub ich okay. Glaube. Na, die waren halt sehr misstrauisch da unten, ne? Was ist die mit... Ja, das ist die starke. Ich glaube, die kriegen wir so mit einem... ...Headshot gar nicht weg. Wenn man die ablenkt, wir so ein bisschen... ...hm... 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 Das war ja auch eine knappe Geschichte, ne? Nein, das Licht aus. Und... ...gucken wir mal, was wir noch so entdecken können. Jetzt sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Trotzdem will ich nochmal kurz hier hoch, weil da misst ja mein Bogen. Also der Pfeil. Der Pfeil da noch rumliegen. Ja, wer sieht mich denn? Wer sieht mich? Okay, so. Wo waren das jetzt? Warte mal, hier hatten wir jemanden weggemacht. Was? Über mir? Ah, okay. Haben sie eine Leiche gefunden. Was, ey, das... Boah, da hatte ich mir jetzt aber eben richtig lange Zeit, ne? Wenn wir ehrlich sind. Ach, bomb. Miss. war dann kann man ja schön das war genauso scheiße wie das andere naja gut kommen dann gehen wir jetzt durch mal gucken wie wir es packen und gutes ob sie ja ich sehe doch der hüpfte darum mir ja 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 war der pinkleiter der boden da oben da hat doch das ding nach ich glaube wir nehmen mal ein heilung und schieben uns immer rein hinter den regal in der korn hat wir sind unten er musste mal gucken dass ich mir auch ein bisschen ja 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 bleibt locker kumpel dahin ist noch einer ob das jetzt wird es jetzt wird es kribbelig du jetzt wird sie kribbelig da kommt bisschen hier so ein pflaster drauf dann geht er schon wieder machte da mal keine sorgen ja die kapazität wäre natürlich gut wenn wir hier ein bisschen mehr hätten hätte ich da schon nichts dagegen du hast gar nichts für mich auch hier zwei padronen den hammer der brauche ich jetzt nicht unbedingt das war dumm das war echt dumm gespielt aber wir leben noch den backsteine nehmen wir natürlich mit ich glaube man hätte sich auch hier ganz gut verschleichen können also hier habe ich jetzt da oben war noch einer den würde ich mir hier ganz gern mal angucken da blinkt auch was munition ist hier sehr wichtig ne wisst ihr erkennt er bei dem spiel sollte man hören was er sieht definitiv mitnehmen und wenn es nur eine kugel ist eine kugel und kein salz ok hier will ich bestimmt nicht hin ich denke dass wir hier waren hier waren naja aber was wie wo wie du hast dich gewunden bist du krank wo denn und wo kommst du wo bist du denn was die redet mit ihre göttin sie führt mich ich dachte was will dann die hier liegen noch mal patronen das ist gut flächeln auch gut wo bist du denn aha an patronen die sind cool kann ich das mit euch hier du weißt doch gar nicht wirklich wo ich wirklich spinnen oder ja da da gehen wir doch hier über die wir gehen über die treppe ja geil da hatte ich hier mal wieder einen richtig guten einfall wo läufst du da jetzt rum her man da nicht ran springen und hoch ich versuch's ne geht gar nix so ist also na gut okay dann ja auf in den kampf egal wie ups aber net so net so net so wie war was wo denn da oben jetzt noch weniger gekrabbelt junge hau kopf raus also könnte könnte mein aim ist so scheiße ich hätte sie gehabt ja jetzt habe ich so okay gut ja genau genau schimpfte er übt er übt er übt so wie kommt da ist eine leite das soll dass ich hier so ein bisschen hängen aber ich will es heute versuchen gut zu spielen und naja ihr seht ja dann im endeffekt was dabei rauskommt aber wichtig ist dass wir wenigstens überleben dass wir weiterkommen egal wie ich wie gesagt ich setze jedes mittel ein jetzt geht es hier weiter okay gut dann müssen wir das mal sämtliche waffen ja anfertigen was könnte man hier anfertigen ammunition können wir auch machen das ist gut so und charlie haben wir gemacht und wenn wir jetzt mal alle waffen nachladen so gut es geht ne die hat noch die brand munition drin können wir noch einmal drei nachdrücken da haben wir das ja ja so lassen wir das mal ja so gehen wir weiter so gehen wir weiter ihr könnt immer die treppen hoch will aber hier noch einmal gucken ob sie noch ein bisschen man was man munition gibt hier liegt eine flinte die ist natürlich lehren woher können wir wieder was bauen was ok ja da ist eine flasche aber wir hatten ja einen backsteine hier ist das reppenhaus und was denn ihr tipp ich brauche auch zu lang naja gut wie gesagt ich wollte mich noch mal bedanken für die leute die hier so ein bisschen die videos sich angucken finde ich sehr nett von euch danke an der stelle vielen vielen dank was haben wir da sagen wir haben eine machete dies ist doch ein bisschen besser das haben wir hier das ist okay da könnte ich auch mal kurz gucken was habe ich denn so an pillen wieviel 70 was können wir dann verbessern da haben wir schon ein bisschen was was ist das hier bewegungsgeschwindigkeit mit gepackten gegnern hat das wäre dann schneller verbesserte medikits anfertigen okay die heilen mehr das ist auch schnellere zielbewegung bewege dich von zielen schneller ja fertige haltbarkeit verbessert das machen wir mal eine haltbarkeit ist zwar nicht viel aber ein punkt mehr ist ein punkt mehr hier hat er zugemacht weiter geht es das heißt der junge hat gesagt wir müssen hoch das heißt wir sind immer noch am aufstieg es geht noch nicht einmal runter ja wie gesagt also das nächste gameplay oder auch let's play genannt ich weiß gar nicht wie man es nennt wer wer darauf kam ist ghost of tsushima ja ist auch ein sehr gutes rollenspiel das ist auch grafisch sehr gut gestaltet also wie gesagt wenn ihr bock drauf habt habt gerne mal reinschauen gerne leichter lassen wird mich freuen wird mich freuen ja ich bin fertig bleibt doch was steht ich will dir ans gesicht gucken die sind auch bestimmte gesichtszüge entgleist ok 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 ich will gar nicht wissen was der junge da so oder mädchen es ist ja ein mädchen mach das ding da jetzt hoch ok und weiter geht es immer noch im hoher aussehung ist das von der profite ja feier juhu naja es gibt ausnahmen besonderes für soldaten wie praktisch oh was haben wir denn hier das war wie gesagt ihr wisst ich kann es nur immer wieder wiederholen tut das video pausieren lest es euch durch und gut ist weitergeben der waffenstillstand ist vorbei sie haben eine unserer gruppen überfallen wir müssen unsere stärke beweisen versammelt einige unserer stärksten soldaten und dringt tief in ihre in ihr gebiet ein das ziel sind alle wolfs denen ihr begegnet für die botschaft die wir übermitteln müssen gibt es keine altersgrenze das ziel sind alle wolfs denen ihr begegnet achso ja keine alles ganz okay die werden auch kinder töten oder was du magst also diese prophetin obwohl ihre anhänger dich töten wollen sie würde das nicht wollen was solltest du deinen leuten sagen wir haben keine leute gesteinigt oder erhängt als sie noch lebten ihre worte werden einfach verdreht wie ist die schriften ja schriften eure schriften ne weiß man ob die schriften wahr sind ob sie gut sind ach man was ist denn da los da unten will ich gerade mal mal reingucken. Hier. Leckt dann das gerade wieder so? Ganz ehrlich, Leute, wenn ich nicht bald eine interne Karte bekomme, dann muss mir was anderes einfallen. Das ist sehr nervig, wenn das wenn so Mikrolegs da sind, die gar nicht da sein sollten. Das ist nervig. Ganz langsam. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Oh Gott. Hier haben wir auch nichts mehr, ne? Ach oh Gott. Also ich würde mich da oben auch nicht wohlfühlen. Ich meine, guckt euch mal die Höhe an. Also ich meine, das ist jetzt... Man wird es vielleicht später sehen. Und wenn ich hier so dieses Gehölz hier sehe... Nee, das wäre absolut nicht meins. Es sieht mir da irgendwas. Haha, ich habe nach unten geguckt. Oh Gott, das will... Boah, Adrenalin. Boah, das bewegt mich genauso. Ich warte noch auf die wahre Stärke. Die wartet auf die wahre Stärke. Was? Ach nichts. Die wäre kämpflich gegen Paraner oder sowas. Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Äh, gar nichts. Jetzt? Ihr habt verkrampft gewöhnt. Geh einfach! Sie will es einfach hinter sich bekommen. Ja, aber wir müssen ja auch irgendwie wieder zurück. Na los! Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. Lev, komm her. Lass dich umarmen. Das wirst du gleich bestimmt nicht mehr wollen. Wieso? Was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas? So, siehst du gleich. Guck mal, ich kann... Hä? Ähm... Ich war hier noch nie gewesen. Was, was ist, was ist hier? Warum können wir hier hoch? Was? Ach ja. Warum mache ich das? Ja, das... Keine Ahnung. Wow. Ja, dann lauft er einen Schritt schneller, dann haben wir das noch hinter uns. Was, was machst du denn? Okay. Abs. Warum, zum Teufel, hast du gerade einen Bogen gezogen? Warum hast du einen Pfeil da reingemacht? Okay, so. Sorry, wenn du so ein bisschen jetzt rechts, links, rechts, links... So, ich will mich schon ein bisschen umgucken. Was? Wo? Ach so, hätte ich ansehen. Ja, klar. Machen wir. Ähm. Was ist hier oben? Warum können wir... Okay, wir können da gar nicht hin. Okay. So. Es wird weiter balanciert. Balancieren? Ich soll balancieren mit dem Stick? Oh mein Gott. Hey, Mädchen. Ich... Äh, ne? Keine Garantie. Ich übernehme keine Garantie. Wie kommt es, dass du keine Angst hast? Komm mir nicht mit der Prophetin. Höhe. Mach mir keine Angst. Was dann? Der Ozean. Äh, Hunde. Ach du Scheiße. Oh. Ich glaube, ich habe es sogar mal geschafft, hier abzustürzen, weil ich nicht balanciert habe. Irgendwie war da mal sowas. Fast geschafft. Scheiße. Hey, Gap. Wann kann das Krankenhaus sehen? Ja, da unten rechts, da wollen wir hin. Ja, wahre Stärke, die habe ich noch lange nicht gefunden. Nicht runterfallen. Nee, runterfallen. Du machst bloß keine Scheiße, Abby. Du ziehst uns alle mit, ne? Das weißt du. Du schaffst das. Ja, das muss ich auch noch runter. Vorsicht. Oh, ich, ich, ich. Ja, toll. Lauf. Mein Gott. Das weiß ich, wie rotig das da sein muss. Das ist Nebel, Metall, feucht. Nein. Oh Gott, das war nicht meine Schuld. Okay, das war nicht meine Schuld. Wollte das Spiel so. Sie versteht es nicht. Warum? Eine Sekunde? Was ist so los? Ist doch alles ganz easy. So, jetzt auf, komm. Los, wir haben keine Zeit. Die Aufnahme läuft. Abby, mach hin. Entschuldigung. So, okay. Ach so, weil wir ins Haus gekracht sind, ne? Das ist ja das richtige Gebäude. Aber in diesem Teil war ich noch nie. Naja. Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterkommen. Okay, gut, dann rennen wir jetzt hier irgendwie blind durch das Gebäude, ja. Okay, komm. Gab es hier noch irgendwas? Mal hier hinten. Oh, ja. Was ist das hier? Ein World Pool. Blueberry Blasen Pool. Hier drin ist geil. Du kannst hier drin furzen, wie du willst. Das merkt keiner. Ja, am Geruch halt vielleicht, ja. Aber, aha. Wenn da drei Leute drin sind, der war's. So. Okay. So, wir gucken mal, was wir herstellen können. Wir können, oh ja. Müssen wir machen. Das ist wichtig. Das machen wir auch voll. Abfahrt. So. Hier. Ah ja, guck mal hier. Da haben wir. Ja, meine auch. Hier haben wir ein bisschen was, was uns, unser Leben bitte ein bisschen zurückbringt. Äh, warte, warte. Ja, warte, warte. WLAN. Hier gibt's WLAN. Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen was... Ein kostenloses WLAN für Hot... Nee, Hotelgäste. Passwort. Ah, okay. Das ist bestimmt für ein Safe. 12, 18, 79. Mal gucken, ob wir hier ein Safe finden. Hier auch noch mal. Hinten noch mal nix. Vorsicht, nehmen wir mal Vorsichtshalbe bei dem Backstein in die Hand. Wir brauchen ja nicht zu schießen, ne? Wenn das kommt, kriegt der hier das Steinschne ins Gesicht. Und dann passt es... Ja, hier ist der Safe. Okay. Und dann gibt's hier bestimmt auch eine Information, dass, äh, das ist der Code ist, den wir da brauchen. Gut. Hier ist ein Treppenhaus. Da warte mal noch einen Moment. So, deswegen wir checken jetzt erst gerade mal hier noch das Zeug, bevor wir an den Tresor gehen. Vielen Dank. So, was haben wir denn hier? Hier ist bestimmt das für den Safe, ja? So. Was haben wir? Lesen. Bitte lest, was? Bitte lest, während eure Schicht keine Wert... Ach, bitte lasst, während eure Schicht keine Wertgegenstände herumliegen. Es gibt einen Safe in der Abstellkammer, in der Lobby. Der Code ist der gleiche wie das für das WLAN. Das ist so, da haben wir es doch... Okay, da kümmere ich mich dann gleich drum. Hier in der Küche haben wir ja nichts mehr, da haben wir jetzt nur die Information. Also, ich selber fühle mich in so hohen Gebäuden. Ich bin nicht so wohl, wenn ich ehrlich bin, ne? Ich weiß nicht, ich habe da immer ein mulmisches, keine Ahnung, ein komisches Bauchgefühl, ganz einfach. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch genauso geht oder bei manchen vielleicht auch nicht oder so. Also, ich fühle mich nicht wohl. Also, ich habe schon ein bisschen Höhenangst. Höhenangst. So, wo war das mit dem... Was war das? Das will ich mir nochmal angucken. Das war hier. Was haben wir hier gehabt? 12, 18, 79. Gehen wir mal ran. 12, 18, 79. Ja, gut. Warum nicht? Zumindest können wir alles mitnehmen, das ist doch was. Was können wir bauen? Äh. Ja, komm. Machen wir, machen wir. Das ist besser wie gar nichts, na? Ist immer ehrlich. So, wir gehen weiter. Treppenhaus. Äh. Ist abgeschlossen. Nee, ist doch zu, oder? Okay. Was heißt, wir müssen nur runter, oder was? Ja, da sitzt einer. Hallo, moin. Eine Leiche. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dunkel. Oh. So, so geht das also. Das Gebäude sollte geräumt werden. So, mal gucken. Sepp, Sepp heißt der, okay. Sepp, Victor und Irina sind tot. Evry und Miles werden vermisst und ich wurde gebissen. Das Nest war größer, als wir gedacht hatten. Wir sollten es hochjagen, aber die verdammten Zünder waren defekt. Typisch, dass mich letztlich die Unfähigkeit der verdammten Federer umbringt. Okay. Das heißt also, hier gibt es ein Nest und es soll sehr groß sein. Oh Gott. Okay, na klar. Hm. Na ja, hat er doch vorhin schon gesagt, dass er hier den Bereich nicht kennt. Aber ich sag ja. Hier, geh, hier, geh. Wird die Party abgehen, Leute? Das ist ein Hochhaus. Wir haben Spaß. Wir haben Spaß. Also besser gesagt, ihr habt Spaß, ja. Ich will Adrenalin. So, mal gucken, ne. Ne, mal gucken. Da dürfte jetzt nichts drin sein. So, was haben wir denn da? Hier geht es weiter runter? So, Patron. Immer gut, immer gut. Ein bisschen Bummel habe ich verschwommen, ne? Okay. Äh, wollen... Was? Äh. Äh. Okay. Okay. Zurück. Mach weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Wird ja passieren. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Und wenn es kein Problem ist, kann ich immer wieder laden. Mach dir da keine Gedanken, Lev. Bin bald wieder da. Oh mein Gott. Ich wollte da gar nicht rein. Ich wollte die Treppe weiter runter. Was tust du, Abby? Bist du krank? Gasmaske. Okay, Gasmaske. Ja, Hammer. Okay, wow. So, ihr Lieben, passt mal auf. Das wird euch jetzt nicht gefallen, aber mir gefällt es, weil ihr wollt mich ja auch ständig leiden sehen. Wir machen an der Stelle einen Cut. Ja, und wie wir uns hier durchschlagen, Leute, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn es gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Ist kostenlos. Euch tut es nicht weh. Mich freut es. Also, bis dahin, Leute. Haut rein. Ihr habt euch wohl. Und dann geht's.